Ihr seid richtig bei Alles auf Start, der SEO-Einsteiger-Podcast für Startups und KMU mit Markus Höfner. Ja, da seid ihr wieder bei Alles auf Start heute zum Thema SEO für Startups. Die fünf häufigsten Probleme aus der Praxis. Ja, ich arbeite relativ viel mit Startups. Und letztens, ich weiß gar nicht in welcher Runde, kam die Frage auf, was sind denn die häufigsten Probleme, die Startups so haben. Und da habe ich gedacht, mache ich noch eine Episode dazu. Ja, ich habe mal fünf Sachen aufgeschrieben. Und ja, Punkt eins, ein absoluter Klassiker, die Wahl der ersten Domain. Zunächst muss man sagen, für SEO ist die Domain eigentlich gar nicht so wichtig. Es gab früher sogenannte Exact Match Domains. Das heißt, wenn du zum Beispiel wandern.de hattest, dann hattest du eine gute Chance für den Suchbegriff Wandern gefunden zu werden. Also diese Domain, das, was da an Keywords drin stand, das hat sehr auf das Ranking eingezahlt. Dieser Punkt ist vorbei, Geschichte gibt es nicht mehr. Das heißt, wenn wir das mal außen vor lassen, kann man trotzdem noch wahnsinnig viel bei der Domain falsch machen. Und ehrlich gesagt, wir als Blue Fusion, wir sind da das beste Beispiel dafür. Denn damals haben wir ehrlich gesagt auch nicht sonderlich groß sowohl über die Brand als auch über diese Domain nachgedacht. Wir haben uns einfach zusammengesetzt und gesagt, ja, so soll das Ding heißen. Man sollte es immer trennen, wenn man sich so eine Domain anguckt, die man gerne hätte. Was steht eigentlich vor dem Punkt und was steht hinter dem Punkt? Und ein Problem, was ich sehe, erstmal bezogen auf das, was vor dem Punkt steht, ist, dass man sich oft Fantasienamen auswählt. Oder so Bezeichnungen, zum Beispiel Ketchup Express. Also angenommen, du machst einen Online-Shop, in dem du ganz besondere Ketchup verkaufst, wenn das der korrekte Plural ist. Und du nennst das Ding eben ketchup-express.de. Eigentlich eine schöne Domain, weil anhand der Domain erkenne ich erstmal, worum es eigentlich geht. Und dann kommt oft so ein Punkt, wo man sich damit eigentlich auch ein eigenes kleines Gefängnis geschnürt hat. Weil irgendwann fängt man an und verkauft eben nicht nur Ketchup, sondern dann muss auch noch Mayonnaise her. Man heißt aber Ketchup Express. Und da gibt es, da muss man gar nicht so weit suchen. Ich finde zum Beispiel Maymüsli ist auch so ein Ding. Ein super Name, aber mittlerweile verkaufen die auch Porridge oder die verkaufen auch Tee. Das hat doch nichts mehr mit Maymüsli zu tun. Und deswegen bin ich oft ein Freund davon, dass man eher einen Fantasienamen wählt. Oder sich eben mindestens nochmal sehr genau abklopft. Vorher ist das wirklich exakt das, wo wir über Jahre und vielleicht Jahrzehnte drinstecken werden. Also ist das für uns eine große Wiese oder ein potenzielles Gefängnis? Das andere, was ich natürlich auch sehe, ist, ist das, was ich da schreibe, international vielleicht irgendwann mal ein Problem. Das hatte ich nämlich auch schon mal. Also ein Unternehmen wählt die Domain ledergürtel.com. Erstmal ganz gut gewählt, denn wenn ich zum Beispiel später mal internationalisieren möchte, dann ist eine .com in der Regel die bessere Wahl als eine .de. Also eine generische Domain ist besser als eine länderspezifische Domain. Ledergürtel.com ist natürlich eine super Sache in Deutschland, weil man sieht die Domain und weiß, was es ist. Und weiß ein Franzose, was ein Ledergürtel ist, in der Regel nicht. Also auch da wieder so ein ganz typischer Fall. Ich habe vielleicht ein super Wortspiel auch entwickelt oder irgendwas ganz Geiles, was in Deutschland erstmal gut funktioniert. Und ich habe vielleicht über die Internationalisierung gar nicht nachgedacht. Aber wenn das dann später mal nachgelagert kommt, dann muss ich wieder vielleicht die Domain wechseln. Und ein Domainwechsel ist immer ein Riesenproblem, ist immer ein Thema, da kann immer irgendwas bei schief gehen. Domain übrigens auch ein beliebtes Thema. Bitte bündelt möglichst viel auf einer Domain. Auch das erlebe ich ab und zu. Dann hat man zum Beispiel eine www-Website für seine Brand und getrennt hat man noch einen Shop unter zwei verschiedenen Domains. SEO-Technisch ziemlich blöd. Kommen wir gleich beim Thema oder Problemfeld 3 nämlich nochmal dazu. Also bitte versucht alles möglichst kompakt auf einer Domain zu bündeln. Wenn ihr euch irgendwann vorstellen könnt, irgendwann potenziell zu internationalisieren, dann bitte setzt ihr auf eine generische Domain wie eine .com. Und bitte achtet darauf, was davor steht. Wie gesagt, ist das eine offene Wiese oder ist das ein potenzielles Gefängnis für euch? Fehler Nummer zwei, den ich oft sehe, ist die Wahl des Content-Management-Systems oder Analog des Shop-Systems. Da erlebe ich oft, nimmt man das, was cool ist oder man nimmt einfach das, was alle nehmen, zum Beispiel WordPress. Weil man einfach gar nicht so lange drüber nachdenken will. Man will jetzt loslegen und ich habe das hier bei einem Freund gesehen und das hat gut funktioniert und deswegen nehmen wir jetzt WordPress. Passt natürlich auch ein bisschen einfach zu der Situation, in der viele Startups sind. Nämlich wir können am Anfang erstmal wenig investieren. Leider habe ich es dann relativ oft erlebt, dass wenn dieses Startup dann mal wächst und da kommt noch irgendwie das dran und noch das und noch das, zum Beispiel die berühmte Internationalisierung, dann wird es aber schwierig. Entweder muss man alles neu bauen, weil das gewählte Content-Management-System das gar nicht kann. Oder man flanscht irgendwie immer mehr dran und das Ganze wird immer schwieriger zu handeln. Es wird immer komplexer, immer unbeherrschbarer und irgendwann muss man es dann trotzdem komplett neu machen. Und deswegen kann ich immer nur anraten, sich am Anfang mal ganz ehrlich in die Augen zu gucken und sich ganz genau zu überlegen, was könnten wir denn potenziell alles brauchen. Und selbst wenn das erst in drei Jahren ist, vollkommen egal, dass ich jetzt schon mal zumindest überlege, ob ich das später potenziell kann. Und wie gesagt, da gibt es so ein paar Systeme, die sind natürlich total bequem. Ich empfehle zum Beispiel gerne auch Shopify als Shop-System. Und da kommt man auch extrem weit damit, aber trotzdem kann man natürlich später an einen Punkt kommen, wo bestimmt ganz, wo vielleicht einige Sachen, die man möchte, die gehen damit dann einfach nicht. Also es sah am Anfang alles gut aus, aber hinten heraus kriegt man damit ein Problem. Natürlich kann ich nicht alles voraussehen, das ist klar. Aber nochmal, ich erlebe es oft, dass man zu wenig darüber nachdenkt. Und deswegen verweise ich euch an dieser Stelle nochmal an Episode 2 von Alles auf Start, wo es nämlich genau um die Wahl des Content-Management-Systems geht. Problem Nummer 3, Linkaufbau oder insgesamt Backlinks. Weil Startup hat per Definition oft null Backlinks. Und wenn du null Backlinks hast, wirst du in der Regel auch null ranken. Ja, ist natürlich schwierig, man selber ist unbekannt, es hat sowieso keine Zeit, sich darum zu kümmern. Man hat oft auch ehrlich gesagt gar nicht das Wissen. Also auch das habe ich oft bei so Startup-Veranstaltungen erlebt, dass über dieses Thema Backlinks, da hatte man mal was drüber gehört, vielleicht, wenn es richtig gut läuft. Aber irgendwie denkt man dann auch, ja, da komme ich schon irgendwie drumherum und nein, kommst du nicht. Deswegen vielleicht auch nochmal kurz der Querverweis auf Episode 4 von Alles auf Start. Da geht es nämlich gerade um so ein Thema, wo kriege ich eigentlich meine ersten Backlinks her? Und das ist ein Riesenproblem bei Startups, es bleibt ein Riesenproblem. Gerade wenn du den großen, etablierten, ja, seotechnisch an die Karre treten willst, also du willst sie schlagen in deinen Rankings, du wirst es in der Regel nicht schaffen. Du wirst es in der Regel seotechnisch nicht schaffen, wenn du nicht die nötigen Backlinks aufbaust. Und einen Tipp, den ich immer geben kann, du hast als Startup auch einen Vorteil, du kannst nämlich die Startup-Karte nutzen, die Underdog-Karte. Du kannst eben, indem du zum Beispiel ein bisschen PR machst, Backlinks kriegen von Startup-Websites wie deutsche Startups oder gründerszene.de. Problem Nummer 4 habe ich ein paar Mal im Jahr, ja, du bist ein total innovatives Startup. Cool, das ist echt schön. Auf was für Ideen manche Leute kommen, muss ich immer sagen, grandios. Aber SEO ist dann manchmal schwierig, weil es ist einfach manchmal so, es gibt kein Suchvolumen, keine Marktnachfrage in den organischen Ergebnissen. Weil einfach noch keiner weiß, dass es dein Produkt oder deine Leistung gibt. Also angenommen, du hast Schnürsenkel erfunden, die nicht schmutzig werden können, die haben irgendwie eine spezielle Teflon-Beschichtung, keine Ahnung, die sind immer strahlend weiß, immer. Ja, kannst durch den tiefsten Dschungel laufen, die sind weiß. Super Produkt vielleicht. Aber es sucht keiner danach. Und dann ist SEO immer schwierig. Du kannst dann natürlich manchmal den Ausweg finden, dass du problemzentriert schreibst. Also jemand sucht vielleicht nach Schnürsenkel sauber machen. Eigentlich nicht dein Keyword, weil deine muss man nicht mehr sauber machen. Aber dann schreibst du halt, hey, Schnürsenkel kann man so und so sauber machen. Bin in dem Thema jetzt gerade nicht so drin. Und dann sagst du halt, okay, wenn du dir diesen Quatsch aber zukünftig sparen möchtest, dann habe ich hier ein schönes Produkt für dich. Es ist natürlich immer wichtig, dass du eben den Search-Intent trotzdem erfüllst. Also jemand, der Schnürsenkel sauber machen sucht, muss auch bei dir Informationen dann dazu finden. Also es reicht nicht, dann einfach nur zu schreiben, hey, meine Schnürsenkel werden nicht schmutzig. Und Problem Nummer 5. Ja, ich habe es mal Sprache der Kundensprechen genannt. Insgesamt muss ich oft sagen, was ich erlebe, ist, man ist oft sehr Technik- oder Produktverliebt. Man ist überzeugt von den Stärken seines Produkts. Und das muss man natürlich auch sein als Start-up. Und man ist so überzeugt von seinem Produkt, dass man vergisst, die Sprache des Kunden zu sprechen. Und gerade für SEO ist das wichtig. Dann hat man oft Inhalte, die eher schwach sind und die einfach auch nicht gut auf Suchbegriffe abgestimmt sind. Dann habe ich irgendwie so Anglizismen wie Reinventing the Automobile. Ja, das ist gut, aber danach sucht niemand. Sondern die Frage ist, was tippt dein zukünftiger Kunde in Google ein? Und das ist eine ganz klassische SEO-Thematik. Ganz klassisch. Finde Keywords, schreib dazu Inhalte. Und wie gesagt, viele Start-ups, die nicht primär SEO-fokussiert sind, machen das einfach standardmäßig erstmal falsch. Sie haben in der Regel zu wenig Seiten. Die Seiten, die sie haben, sind gerne mal mit Anglizismen durchsetzt. Oder sie sind einfach sehr multithematisch, ranken deswegen auch nicht so wahnsinnig gut. Und gerade über so Content-Bereiche nachzudenken wie ein FAQ, wie ein Blog, Magazin, Ratgeber. Auch da habe ich hier ja schon diverse Informationen zugegeben. Ja, das fällt den Start-ups leider oft schwer. Und deswegen kann ich persönlich immer nur dazu raten, wenn du Start-up bist, dann hol dir bitte Beratung. Das muss nicht bei mir sein. Das kann auch bei vielen anderen guten Kollegen da draußen sein. Aber häufig müssen Start-ups die Website einfach zweimal machen. Also einmal wird sie selber gemacht. Und das zweite Mal, wenn dann SEO irgendwann auf dem Plan steht, dann muss man das Ganze eigentlich komplett in die Tonne treten. Und das ist eigentlich schade, weil das kann man eigentlich, ja, kann man sich sparen. Man kann eigentlich alles in einem Rutsch direkt gut und richtig machen, indem man halt wirklich diese SEO-Brille dann auch auf hat. Jo, das war so das. Die fünf Punkte, die ich am häufigsten in der Praxis sehe, wenn es um das Thema SEO für Start-ups geht. Ich hoffe, für dich war was dabei. Und wie gesagt, wenn du Start-up bist und du brauchst Hilfe, melde dich bitte. Und ansonsten würde ich dich jetzt einfach in den Rest des Tages entlassen, was immer du so tust. Mach's gut, mach's gerne, mach's richtig gut. Und ja, ich hoffe, dass du auch wieder bei der nächsten Episode von Alles auf Start dabei bist, Episode 86. Das Thema steht noch nicht fest, aber ich denke, es wird gut sein. Und von daher, ja, Glück auf und macht dir eine gute Zeit. Bis dann. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020